Heute, also am Samstag, am 3. Juli, haben wir gedacht, machen ein bisschen kurzer Rückblick auf diese 200 Jahre Geschichte. Und haben ein paar Stationen vorbereitet mit den Leuten von hier. Das heißt, eine Station mit Urkunden in Widum hier, mit meinen Vorgängern, Pfarrern und Vikaren. Auch eine Station in der Kirche mit Messgewänden und ein paar Untersilien von der Kirche und für Kirchenleben. Morgen, also am 4. Juli, das bedeutet, wir feiern unseren Kirchenpatron, Bischof Ulrich von Augsburg. Machen wir und feiern wir dieses Patrozinium in der Kirche. Und danach gehen wir durch dieses Nagelefeld, sozusagen, wie sagt man das in der Einheit, mit den vier Stationen und schließen diese Feierigkeiten dieses Jahres auf dem Kirchplatz. Ruh, auf! Dreisch, Asche, fertig! Ruh, an! 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 Amen.